happy birthday to you herzlichen glückwunsch und herzlichen glückwunsch an alle leute die heute geburtstag haben und herzlich willkommen bei red of gamble ich spiele heute mal wieder free fire max seit einem monat mal wieder free fire max und ich spiele clash squad ein bisschen einübend weil ich schon lange nicht mehr gespielt habe deswegen erst also zwei kleine runden clash squad viel spaß und nachher mache ich noch ein heute den ersten neunten werde ich live streaming machen über petrol jahr gut man spaß los geht es ich fange immer an mit einer weste damit ich mehr aussage und ein pilz sobald einer stirbt glaube ich ihnen die besseren waffen weil die meisten nehmen hier bessere waffen wir haben schon mal zwei leute waffeln waffeln gut also ich zeige euch schon mal wie es nicht geht da liege ich oder was davon übrig geblieben ist nice das ist aber kein problem das ist ja erst nur die erste runde das der nachteil ist für die leute die das nicht gewonnen haben kriegen weniger geld ne so eine waffe in dieser runde ich mag die waffe nicht so die farmer farmers die 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 wie gesagt ich hab's halt einmal nicht mehr so richtig gespielt deswegen ich muss mich erst mal wieder eingefügt ist das eine ausrede ja gut ausreden ok dann immer das was und das ich habe meine mp5 das heißt jetzt geht's mit den jungen und hoff ich ok da laufen sie so Du bleibst liegen. Okay, nice. Die Ska möchte ich nicht haben. Oh, die haben sie umgebaut. Was hat sie auf mich geschossen? Ach, dumm war einer. Ah, lauf. Lauf, lauf, lauf. Nice. Sieg. Also da war jetzt irgendwie nichts von mir zu sehen, gerade in dieser Runde. Aber jetzt, äh, jetzt doch. Mein MP3 ist auf Max. Nein, ne, 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 ne. schon rüber und 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 wow das war mal gut denke ich könnte selbst entscheiden ob es gut war oder nicht? für mich fahrs gut. hoffe ich. hä? Wolle ich denn schon wieder die Farm? Och ne, ich will die doch gar nicht. Ich will die haben. Meine Güte noch mal. Warum wird denn immer gewechselt auf die Farmer? Kacke hier. Daumen auf den Dach sind sie. 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 Das war die erste Runde zum aufwärmen. Daumen auf den Dach sind sie. Jetzt ist sie schnell eine zweite hinterher. Also try again. Oh wo ist er da? Try again. Und ich hoffe ich komme auch gleich rein. Oh ich war der beste Spieler. Nice. Ach warum möchte ich mal Foto machen? Ich will kein Foto machen. So nice, nice, nice. Aber die hier war auch gut. H3Q. Erstmal ein Like geben. Und wer war besser als ich? Niemand. Oh. Sofort die zweite Runde gestartet. Schön. Und es geht los. Ich fange wie immer an. Eine Weste und ein Pilz. Die haben alles so ein bisschen umgebaut in den einem Monat wo ich nicht hier war. Interessant, interessant. Und. Thanks. ich habe gerade die neue waffe geschnappt naja egal es hat geklappt erste runde 1 0 weiter geht's also jetzt haben wir im vorteil wir uns reiten sachen behalten obwohl viel war das ja auch nicht aber zum beispiel ich habe jetzt schon einen helm und eine rüstung eine weste hey wo rätst du hin trottel rät mein team kamerad einfach weg egal 2 0 batschir der ist weggerannt feigling hier gibt's ressourcen ok kommen wir auch mit danke ohne munition egal ja 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 okay ich habe ein ich habe einen erwischt von 4 let's go mp5 da ist er ach komm komplett auf level 3 mp5 ich finde nur noch die weste ich bin noch nicht ganz ausgerüstet aber was soll's auf hier ich finde nur noch eině das ist alles dicke nee jetzt man zum ich Looks zum Der verbindet sich da schön, ich lande, schieße erstmal den Einen kaputt und dann auf den, der sich verbindet. Das ist eine schlechte Reaktion, fand ich, oder? Na, ist gut. Ja, kriegst du sowieso ein Like. So wenig Schaden gemacht, also wer war besser als ich? Mein ganzes Team war besser als ich und er hier. 6 war Boyer. Gut, dann würde ich mir sagen, das war's für heute. Ich sage, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.